Hallo und herzlich willkommen bei der D-Schule. Am Wochenende wurde die Winterzeit auf die Sommerzeit umgestellt. Dadurch ist es am Abend länger hell und wir könnten länger arbeiten. Das machen wir aber nicht. Stellt ihr euch auch jedes Mal die gleiche Frage? Muss die Uhr im Frühling vor- oder zurückgestellt werden? Das ist ganz einfach. Im Frühling stelle ich die Stühle vor das Haus. Somit stelle ich die Uhr vor. Und im Winter muss alles wieder zurück. Alles klar? Ja. 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 Ja.